Ich zähle auf Sie, Mann. Zerstöre Hinweise auf Kuhls Offenheitsort. Taktische Optionen verfügbar. Er ist im Gebäude. Ich wiederhole. Profit ist im Gebäude. An aller Einheiten, die Richtung von Profit bestätigt ist. Wir haben hier einen Weg. Wir haben hier einen Weg. Wir haben hier einen Weg. Okay. Schnellschief. Und Headshot. Okay. Jetzt. Okay, was der mich nicht bemerkt hat, war jetzt aber auch ein bisschen Glück. So, jetzt. Okay, den habe ich auch. Den auch. So, ich glaube, die meisten habe ich jetzt mal. Oh, das ist gar nichts. Okay. Okay. Okay, den habe ich auch. So, dann schalte ich wieder mal auf automatisch. Was haben die denn für Waffen? Okay, die gleich einfach ohne Visier. Ähm. Ja. Energie aufladen kurz und weiter. Was ist hier? Okay, das checke ich jetzt nicht ganz. Da hinten ist noch einer Lockhart. Okay, da hinten habe ich auch. Okay. Okay. Ich muss jetzt mal schauen, ob nicht jemand noch in den Rücken fallen könnte. Weil es sieht nichts aus. Jetzt. Los, bitte. Los, bitte. Okay, das ist aber extrem praktisch eigentlich. Ich hoffe, dass man die aufheben kann. Ja, Kanten greifen. Coole taktische Option. Okay, weiter vorrücken. Okay, den habe ich auch. Was ist das? Ah, einfach nicht zu. Okay. So, und dann Tarn-Modus. Okay. Ich habe selber Schuld, wenn man nicht anpasst. Okay. 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 Den habe ich auch. So, dann geht es jetzt weiter. Sichtkontakt? Okay. Da ist er. Okay, das war jetzt ein bisschen Glück auch. Ich wechsle glaube ich mal die Pistole mit der Schlupflinte aus. Energie kurz aufladen. Und weiter. Okay, Munition. Oh. Okay, den habe ich jetzt irgendwie nicht bemerkt, nicht wirklich. Okay, den habe ich wohl. Okay, ich habe sie auf der Überwachungskamera. Da oben sind drei Mann. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, das ist sicher. Man, seh dir das Zeug an. Der erste habe ich schon mal. Bam. Wo ist der letzte? Okay, den habe ich auch. Was ist das einfach zu zerstören oder wie? Okay. 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 Okay, jetzt muss ich den Hubsch aber zerstören. Ich gehe am besten gleich mal in Deck. Kann ich hier raus? Da steht hier. Okay. Entweder hat der Typ extrem. Eine extreme Panzerung oder der Helikopter schützt der Linken. Ich habe jetzt den ziemlich oft geflogen. Okay. Ich wollte eigentlich die Leute aus dem Helikopter schließen. Aber so geht es natürlich auch. Sind die auf dem Dach, oder? Hoppala. Ja. Aber die sind wohl da. Aber die sind wohl da. Ah, da oben. Oh, der lebe. Was ist das? Ja. Ah, da oben. Guck mal. Ja, da oben. Guck mal. Woh, du dich krass. Ja. Wo bist du? Ja. Jemen, jetzt. Ja. 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 Ja, da oben. Ja. Ja. Okay, so is it an 8-3? Perhaps we can't have any problems here.